Wir sind jetzt also beim vierten und letzten Teil dieses Konzerts im kleinen Saal der Nürnberger Meistersingerhalle beim Workshop. Und bei diesem Workshop, einer Werkstatt, werden verschiedene Musiker, die sonst nicht zusammenspielen, hier ihre Einflüsse geltend machen, ihre Erfahrungen einbringen und etwas Neues schaffen, was es bisher noch nicht gegeben hat. Speziell in diesem Falle wird in die in sich geschlossene Gruppe, das Yoshika Yamashita Trio, werden zwei Einflüsse, zwei neue Einflüsse hineingebracht. Erstens durch den polnischen Trompeter Tomasz Stanko. Und zum Zweiten durch den deutschen Pianisten Alexander von Schlippenbach. Sie hören zwei Stücke. Das erste ist eine Komposition von Akira Sakata. Sie heißt Mitochondria. Und dann eine Komposition von Alexander von Schlippenbach, Golden Button. Der Workshop anlässlich Jazz Ost-West 76. Applaus Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018